In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Antwortwahlaufgaben, den Fragetyp Single-Choice auf Ilias anlegen und welche Einstellungsoptionen für Prüfungen wichtig sind. Fragen können Sie direkt in einem bereits vorher angelegten Test erstellen, indem Sie den Reiter Fragen öffnen und dort den Button Fragen erstellen anklicken. Sie können aber auch Fragen in einem Fragepool vorbereiten, um diese später in einen oder mehreren Tests hinzuzufügen. Um eine neue Frage in einem Fragepool anzulegen, klicken Sie auf den grünen Button Frage erstellen. Im Menü sollte als Fragetyp Single-Choice bereits als Vorauswahl eingestellt sein. Falls nicht, klappen Sie das Menü auf und wählen in der Liste diesen Typ mit einem Klick auf Single-Choice einmal aus. Nun können Sie mit einem Klick rechts auf den Button erstellen, mit dem Prozess zum Anliegen fortfahren. Die Sternschienen zeigen an, welche Felder verpflichtend ausgefüllt werden müssen. Geben Sie zuerst einen Titel zu Ihrer Frage an. Dieser ist für die interne Organisation wichtig und wird in der Suchfunktion ausgelesen. Zusätzlich kann der Titel auch später in Tests angezeigt werden. Das optionale Feld Beschreibung ist für erweiterte Informationen zur Frage hilfreich, insbesondere dann, wenn es mehrere Fragen mit ähnlichen Titeln gibt. Die Beschreibung ist jedoch nur für die interne Organisation im Fragenpool wichtig und wird nicht, also niemals in Tests angezeigt. Zum Frageteil. Für höher taxonomische Fragen können Sie einen ausführlichen Fragenstamm einfügen, der über die eigentliche Frage hinausgeht. Sie können den Text über den Editor formatieren und mit anderen Elementen wie Tabellen, Formeln, Bilder oder Videos unterfüttern. Der Fragenstamm sollte grammatikalisch zu den Antwortmöglichkeiten passen und deckt alle Infos zur Beantwortung der Frage ab, so dass diese prinzipiell auch ohne Antwortmöglichkeiten beantwortet werden kann. Ist der Fragenstamm soweit vollständig angelegt, folgt die eigentliche Frage. Diese sollte klar und verständlich sein, sowie positiv formuliert werden. Um bei der Konstruktion doppelte Verneinungen zu vermeiden. Die Bearbeitungsdauer gibt an, wie viel Zeit zur Bearbeitung diese Frage zur Verfügung steht und hilft bei der Bemessung der Gesamtbearbeitungszeit des Tests. Wichtig! Diese Zeitangabe hat hier nur einen planerischen Charakter und keinen tatsächlichen Einfluss auf die Bearbeitungszeit. Diese wird in den Grundentstellungen des Tests an anderer Stelle festgelegt. Antworten mischen sollte aktiviert sein, damit jeder Aufruf der Frage eine neue Reihenfolge der Antwortmöglichkeiten zeigt. Als nächstes können die Antwortmöglichkeiten angelegt werden. Wenn Sie beim Antworteditor mehrzeitige Antworten eingestellt haben, steht Ihnen wie oben beim Fragefeld der Editor für komplexere Texte zur Verfügung. Möchten Sie aber nur kurze Antworten oder gar Grafiken als Auswahlmöglichkeit anbieten, muss der Editor auf einseitige Antworten stehen. Beim Ändern der Einstellung müssen Sie einmal zwischenspeichern, damit die Felder entsprechend neu geladen werden. Nun zeigt das Feld für den Antworttext keinen Editor mehr an. Dafür aber haben Sie die Möglichkeit, nun eine Grafik als Option zu hinterlegen. Rechts unten können über das Plus-Symbol weitere Felder für Antworten angelegt oder bestehende über das Minus-Symbol entfernt werden. Legen Sie optimalerweise fünf Felder an, um die Ratewahrscheinlichkeit zu minimieren. Single-Scheiß-Aufgaben können in Bezug auf die Antworten einen positiven Schwerpunkt haben. Was bedeutet, dass bei fünf Wahlmöglichkeiten nur eine die richtige ist und der Rest vier falsche Antworten sind, sogenannte Distraktoren. So konzipierte Aufgaben fallen unter dem Begriff Typ A positiv. Soll unter den Wahlmöglichkeiten die Ausnahme, die am wenigsten zutreffend ausgewählt werden, also ein Distraktor, handelt es sich um den Typ A negativ. In diesem Beispiel baue ich so einen Typ gerade auf. Noch kurz ein Wort zu den Distraktoren. Bei der Konstruktion von Antwortwahlaufgaben haben Distraktoren einen hohen Stellenwert, um die Ratewahrscheinlichkeit weiter zu minimieren. Sie sollen für nichtwissende Studierende plausibel erscheinen, jedoch für Wissende nicht unnötig zur Verwirrung beitragen. Die Distraktoren sollten daher inhaltlich sinnvoll und in sprachlicher Hinsicht gut gewählt sein. Alle Antwortmöglichkeiten sollten möglichst knapp und ähnlich lang formuliert sein, aus dem gleichen Themenbereich stammen, grammatikalisch untereinander zur Aufgabenstellung abgestimmt, sowie keine prägnanten Wörter aus der Aufgabenstellung enthalten, um nicht versehentlich auf die richtige Antwort hinzuweisen. Und zum Schluss noch ein Wort zur Bepunktung. Negativpunkte, sogenannte Maluspunkte, sind nicht zulässig. Deswegen soll nach dem Bonusprinzip bepunktet werden. Richtige Antworten werden mit Pluspunkten versehen, falsche Antworten oder keine Auswahl werden mit Null bewertet. Nun sind wir soweit fertig und können uns das Ergebnis einmal als Vorschau anzeigen lassen, um noch einmal alles zu kontrollieren. Das ist das Ergebnis einmal als Vorschau anzeigen lassen.